Willkommen zu der Präsentation für der Mini-Entreprise Delicious! Mini-Entreprise Delicious ist der Kapitalsozial von 315 Euro, der noch 63 Aktien zu je 5 Euro abgedehlt ist. Also sich sozial befindet sich zur Redner Artort am Redner Artortlisee. Also Geld besteht aus zwei Schülern, mit dem Joly-Delizetti auch mein Bruder Bob Delizotti aus dem Artortlisee. Mein Bruder ist ein bisschen primärer CED, auch nicht ein bisschen Kateri am C. Unsere Produkte besteht insgesamt aus 25 verschiedenen Sorten Syrum. Wir gehen ganz gerne auf die Wünsche von den Klienten an und machen sogar unsere Etikette selber. Unsere Etikette können wir zudem dann auch personalisieren und dann auch neu bedrucken. Wir machen alle unsere Syrum handerbisch und machen sie lokal und artisanal. Unsere Marketingstrategie Unsere Marketingstrategie besteht daraus, dass wir unsere Social Media Seiten, wie z.B. Facebook, Instagram oder Snapchat, oder über unsere Internetseite www.delizios.eu, Publisität machen. Ihr könnt das auch errichten über Asamask oder Telefon um 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000. Als Finanzprävisional basieren wir uns ein Kapitalsozial von 315 Euro. Wir verstehen, dass wir ein Resultat positiv kriegen von 1.321 Euro. Wenn wir auf diesem Slide erkennbar sind, sich also eine solche Rentabilität bei einem Niveau durchgeführt Erfährt von ungefähr 4.000 Euro. Das heißt, ab diesem Punkt wird meine Unternehmen sehr leichter noch rentabel. Was sind unsere Ziele für die Steward? Mein Ziel ist hauptsächlich die maximale Satisfaction von unseren Klienten. Das heißt, wir wollen einfach, dass unsere Klienten so zufrieden wie Menschen sind mit dem Syrup und dem sie kaufen. Darüber hinaus wollen wir unsere Produktion artisanal und regional sensibilisieren und den Klienten bewusst machen, wie wichtig ist das artisanal und lokal zu unterstützen. Wir wollen darüber hinaus auch unvergesslich Erfahrungen machen und es auch persönlich weiterentwickeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mir ging es Ihnen sehr gerne bei diesem Internetsicht www.delicious.eu oder sonst ein wenig einmal näher begreifen zu dürfen. Not Syrup aus Firm Syrup.